Wir sind da an der Donau, Revier Weinzierl, Lenkendonau 1,14b. Da unten bei der alten Weiden. Gut, ihr anklopft jetzt an der Stelle. Zwar fünf frequentiert, aber es werden auch Fische gefangen. In den letzten Wochen sind einige eben wieder gegangen. Schon langsam wird's. Eigentlich wollte ich umgegehen auf die Anlegstelle, aber bis 16 sind dort sehr viele Schiffe verankert. Also schwierig, bis gar nicht zu werfen. Probieren wir heute unseren Blick. Schauen wir, ob sich was rührt. Es ist jetzt kurz nach 9. Außentemperatur 5 Grad. Die Donau, wo sie gehört haben, hat so zwischen 3 und 4 Grad. Na ja, schauen wir mal. Der Luftdruck ist zwar relativ stark gestiegen, von gestern am Fette. Oh, ich probier's Glück trotzdem. Na, 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 na. Hat den schon. Zweiter Wurf. Schauen wir mal was das ist. Spürt sich gut aus. Spürt sich sehr gut aus. Spürt sich sehr gut aus. Spürt sich auch mal. ischer Flühen. Haha, bauchkagelig. Ja. Kagel ist kagelig. Fisch sind da. Irgendein ist der Stöck, der sich in der eigenen Tags zerbrochen hat. das will ich natürlich nicht. Schöner 60er. Gut, ausgeflissen ist er auch. Und wieder schauen. Schau, was direkt den Hagel aufgeführt hat.